Das heutige Horoskop, Zwillinge, 14. Dezember 2023. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Vereinbarkeit mit anderen Zeichen. Machen Sie sich bereit für eine der wichtigsten Phasen Ihrer Beziehungen. Du könntest bald mit einer Zwillingsflamme tanzen oder tanzt bereits. Ein Neumond in Ihrem Solarhaus der Partnerschaft ist da und öffnet die Tür für langfristige Pläne, Verpflichtungen oder Versprechen. Dies könnte ein günstiger Zeitpunkt für die Entscheidung sein, anzuziehen, sich zu verloben oder sogar zu heiraten. Wenn Sie jedoch darüber diskutieren, wäre es möglicherweise eine gute Idee, mit der vollständigen Umsetzung bis zum Erwachen des Mars im Januar zu warten. Wenn Sie Single sind, nutzen Sie diese Verrücktheit, um Menschen anzusprechen, die auf der Suche nach etwas Ernstem sind. Wen und was werden Sie beruflich neu verpflichten? Jetzt ist es an der Zeit, die Absicht zu fassen, während des Neumondes im Schützen neue Vereinbarungen zu treffen und laufende Vereinbarungen auszuhandeln. Mit dem Neumond beginnt ein neuer Sechsmonatszyklus, der sich auf Ihre beruflichen Pflichten, Verträge und Partnerschaften konzentriert. Wenn Sie Ihre aktuellen umgestalten möchten, können Sie verhandeln. Wenn Sie jedoch etwas Vorteilhafteres suchen möchten, könnte die Mondenergie in den nächsten sechs Monaten neue Möglichkeiten in Ihr Arbeitsleben bringen. Nur elf Tage nach seiner Rückkehr in Ihren Finanzsektor wird Merkur hier direkt. Normalerweise ist Merkur nur für 14 bis 15 Tage hier. Dadurch bleibt Merkur nicht nur hier, bis die Sonne nächste Woche zurückkehrt, sondern er wird einen Tag später auch wieder rückläufig sein, nur um im neuen Jahr wieder zurückzukehren. Dadurch haben Sie außergewöhnlich viel Zeit, mit Merkur und seinem klugen Kopf für Geld zu arbeiten und ab heute haben Sie auch die Chance, wieder ans Zeichenbrett zu gehen. Heutzutage haben Sie wahrscheinlich Lust zu spielen und spielen ist etwas, was Sie besonders gut können. Es ist bereits allgemein bekannt, dass Sie ein leidenschaftliches Wesen sind und die heutige Astralkonfiguration bringt diese leidenschaftliche Energie noch stärker zum Vorschein. Das Praktizieren von SAFA-Sex ist wahrscheinlich eines der größten Gesundheitsprobleme überhaupt. Schützen Sie sich und Ihren Partner, damit Sie negativ bleiben und dabei viel Spaß haben können. Nutzen Sie Ihr angeborenes Ausdruckstalent, um jemandem zu helfen, sich heute besser zu fühlen. Wenn es um Kommunikation geht, sind Sie der Experte. Dies ist Teil Ihrer natürlichen Essenz. Ermutigen Sie die Menschen um Sie herum zum offenen Ausdruck von Gefühlen und Gedanken. Erwägen Sie gegebenenfalls die Einführung alternativer Kommunikationsformen, mit denen Sie selbst sagen, was Sie sagen möchten. Schenken Sie ein Tagebuch für jemanden, der versucht, seine aktuelle Situation zu verarbeiten, um ihm zu helfen, seinen Fluss zu entfalten. Ganz gleich, ob der Mond heute Ihren Arbeitssektor verlässt oder in Ihren Beziehungsbereich zurückkehrt, darüber hinaus sind beides die letzten Besuche des Jahres, diese gewöhnlichen monatlichen Ereignisse haben dieses Mal eine viel größere Bedeutung. Gerade als Venus Ihre erste volle Woche in Ihrem Arbeitsbereich verbringt und Neptun seine erste indirekter Bewegung in Ihrem Karrierebereich verbringt, hinterlässt der Mond in Ihnen eine intuitive Lektüre der Planeten, die diesem Berufsjahr gerade neuen Schwung verliehen haben. Sobald der Mond ihn verlässt, kehrt er in Ihren Beziehungsbereich zurück und beginnt mit der Vorbereitung auf den letzten Neumond im Jahr 2023 und mit der Chance, eine neue Linie in den Sand zu ziehen. Als der Mond zu seinem letzten Besuch in Ihrem Beziehungssektor in diesem Jahr zurückkehrt, ist Merkur verschwunden, aber an seiner Stelle sind Sonne, Mars und der Zwergplanet Ceres. Damit beginnt die Vorbereitung auf den morgigen Neumond und da Merkur bereits Zeit damit verbracht hat, die Kommunikationsleitungen zu öffnen, haben Sie alles, was Sie brauchen, um die sich daraus ergebende Gelegenheit zu nutzen und eine neue Linie in den Sand zu ziehen. Täglicher Planetenüberblick Heute beginnt eine neue Mondphase, da der Neumond das Sternzeichen schützeziert. Gleichzeitig begibt sich Merkur im Steinbock auf seine rückläufige Reise. In den kommenden Tagen wird die vorherrschende kosmische Energie unnachgiebig sein und persönliche Erfolge hervorheben. Menschen, sie selbst eingeschlossen, mögen vielleicht etwas distanziert wirken, doch die vorherrschende Energie ist darauf ausgerichtet, Struktur zu schaffen und Verantwortung zu erfüllen, anstatt emotionale Verletzlichkeit zu akzeptieren. Dies ist keine Zeit für persönliche Beleidigungen, stattdessen ist es ein günstiger Moment, sich darauf zu konzentrieren, die Verantwortung entschlossen anzugehen. Es ist an der Zeit, sich mit der Geschäftswelt zu befassen und gewissenhaft mit unseren Verpflichtungen umzugehen. Nutzen Sie eine neue Perspektive, um Ihre vielfältigen Interessen in Einklang zu bringen, sei es im beruflichen Bereich, in der Familiendynamik, in engen Freundschaften oder in romantischen Beziehungen. Formulieren Sie Ihre Bedürfnisse effektiv und maßvoll. Denken Sie bei den Anforderungen des Alltags daran, Ihr eigenes Wohlbefinden nicht zu vernachlässigen. Nehmen Sie sich Momente zum Entspannen, legen Sie Wert auf Selbstpflege und nähern Sie Ihren Körper mit gesunden Lebensmitteln. Wenn die Sonne in Ihre letzte Woche in Ihrem Finanzsektor eintritt, richtet sie sich auf den Mond aus, um den letzten Neumond im Jahr 2023 anzukündigen. Diese kosmische Ausrichtung lädt Sie dazu ein, neue Absichten zu fassen und sorgt für einen Schwung, um positive Veränderungen einzuleiten. Bedenken Sie, dass dies erst der Anfang ist und die Auswirkungen sich bis weit in die ersten Wochen des Jahres 2024 hinein entfalten werden. Wenn Sie sich an zahlreichen Diskussionen und gemeinsamen Aktivitäten beteiligen, könnte Ihr Enthusiasmus, Ihre Sichtweise gegenüber anderen durchzusetzen, als übermäßig durchsetzungsfähig und egoistisch empfunden werden. Seien Sie vorsichtig, da dies zu schädlichen Konflikten führen kann. Um harmonische Beziehungen aufrechtzuerhalten, gehen Sie weniger provokativ vor und vermeiden Sie unnötige Meinungsverschiedenheiten mit Ihren Mitmenschen. Himmel für heute! Die direkte Wende von Merkur in Ihrem Finanzsektor erfolgt nur elf Tage nach seiner Rückkehr. Merkur ist normalerweise nur 14 bis 15 Tage präsent und wird voraussichtlich bis zur Ankunft der Sonne nächste Woche bleiben, gefolgt von einem kurzen rückläufigen Austritt, um dann im neuen Jahr wieder aufzutauchen. Dieser verlängerte Aufenthalt bietet Ihnen einen beispiellosen Zeitraum, in dem Sie Merkurys ausgeprägten finanziellen Scharfsinn nutzen können und bietet Ihnen die Gelegenheit, Ihre Finanzstrategie ab heute zu überdenken. Bei perfektem Timing kehrt der Mond zu seinem letzten Besuch in diesem Jahr zurück, gerade als Merkur seinen ersten ganzen Tag in rückläufiger Bewegung in Ihrem Finanzsektor verbringt. Wenn sich Mond und Merkur angleichen, werden Merkurs kluger Kopf für Geld und die ausgeprägten finanziellen Instinkte des Mondes zusammengebracht, ebenso wie Ihr gemeinsamer Fokus auf die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Gehen Sie Finanzangelegenheiten mit Ihrem gewohnten Geschick an und erkunden Sie verschiedene Anlagemöglichkeiten. Erkennen Sie, dass eine gute Idee den Weg für eine erfolgreiche Zukunft ebnen kann. Ganz gleich, ob Sie nach Schnäppchen Ausschau halten oder große Investitionen in Erwägung ziehen, die Unterscheidung zwischen guten und ungünstigen Angeboten ist entscheidend. Handeln Sie umgehend, um Chancen zu ergreifen, bevor andere es tun. Reservieren Sie Ihre Energie, indem Sie auf anstrengende Aufgaben verzichten und sich Zeit zum Nachdenken und vor allem zum Anerkennen Ihrer Gefühle nehmen. Eine transformative Kraft wartet darauf, entdeckt zu werden, bereit, tiefgreifende Auswirkungen auf Ihre Umstände zu haben. Dieser Katalysator hat das Potenzial, erhebliche Veränderungen im Leben herbeizuführen. Die Wiederherstellung der familiären Bindungen erweist sich in mehrfacher Hinsicht als vorteilhaft. Durch die Teilnahme an Gesprächen werden fesselnde Geschichten enthüllt, die die Geschichte Ihrer Familie beleuchten. Darüber hinaus entdecken Sie möglicherweise interessante Gesundheitstipps aus der Vergangenheit und bieten die Möglichkeit, mit bisher unbekannten Heilmitteln zu experimentieren. Nutzen Sie die Gelegenheit, familiäre Bindungen wiederzubeleben, denn sie verspricht, Ihr Leben auf unerwartete Weise zu bereichern.